Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ranch Simulator. So, wir gucken gerade mal wie es ausschaut mit Metall. Wie teuer das ist? 500... 120 brauchen wir. Können wir aber die schon mal mitnehmen. Dann sind wir zumindest schon mal 50 Platten näher dran. Dann können wir vielleicht am nächsten Tag den Großeinkauf machen. Gucken wir mal. Dann gucken wir doch einfach. Dann haben wir jetzt noch 70. 70 brauchen wir noch. Jetzt kann ich gar noch mal Kühe melken. Können jetzt gar noch mal wegen Eiern gucken. Haben wir vielleicht Chance, dass welche da sind. Jawohl. Jawohl. Und nicht nur Eier. Da müssen wir so noch rein. Und sauber machen. So. Passant. Passt. Passt. Sudel. Milch. einmal zweimal der Hirsch geht mir bald auf den Zeiger dann muss er dran glauben, wenn er so weitermacht jetzt mach doch die Tür frei, du so melken wir so erst ich so passt dann haben wir nämlich nochmal zwei Käse so zack einmal zweimal der Fahrweise wäre da einmal normalerweise leer aber oder halbleer auf jeden Fall so ein Ei und ein Käse einmal aufkochen den können wir direkt hier drauf stellen den brauchen wir morgen früh wieder ein Ei und einmal den hier und aufkochen bitte so dann können wir auch direkt raus tun dann können wir die Tür zumachen da ist schon einer fertig sehr schön lecker aussehen tun die nicht muss ich ganz ehrlich sagen die anderen brauchen noch ein bisschen so pennen gehen können wir noch nicht müssen wir noch kurz warten ist noch zu früh wie weit sind die hier 95 dauert das auch noch ein bisschen also auch erst morgen gut was wir heute können ach so ich muss die zwei Hühner noch vielleicht in den Stall packen ne Frau Huhn Herr Hahn ihr seid schon ziemlich penetrant was das angeht ne so und es regnet ba 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 so Licht haben wir hier drin hier oben eigentlich auch Licht ich hab zwar eine Lampe aber wir haben auch Licht sehr gut so 10 Minütchen müssen wir noch warten also in game 10 Minuten in real life sind es ja knappe 10 Sekunden so ungefähr also 2 Sekunden ungefähr so knappe 20 Sekunden vielleicht die es schlicht und ergreifend braucht so jetzt können wir uns pennen lehnen weil nur ab 20 Uhr schlafe ich dann quasi in den nächsten Morgen so können wir direkt Kühe melken gehen Hühner lassen wir noch kurz raus die zwei hier auf jeden Fall kommen sonst nämlich nicht ans Futter da ist ein Cheep 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 so ist da das zweite Küken eigentlich noch Küken nicht dass das ein Hahn geworden ist ist noch Küken okay man hat es da gerade gesehen wäre fatal wenn das ein Hahn wird und der dann die Eier befruchtet das kann ich gar nicht gebrauchen das verstopft doch nicht wieder die Tür ihr seid schon opsa so Milch ich weiß gar nicht wie lange die wie alte Kühe ihnen geben werden können züchten kann ich ja damit noch nicht so so müsste reichen dass wir nicht außerhalb des Zauns wieder uns wieder finden nach dem Melken so einmal fertig auf zum Käse machen hoppla na so frischer Käse ein Ei so kochen den können wir draußen hinstellen der zweite ein Ei den kann ich mal auf die Ladefläche legen ist noch einer fertig sehen wir gleich muss ja jetzt eh gleich ins Kämmerchen ja ist noch einer fertig sehr gut ach die hatte ich noch gar nicht ups die brauchen alle noch was länger den hatte ich noch gar nicht gestartet ich dachte so klappe zu dann gucken wir gerade mal wegen der Wurst die sollte jetzt auch fertig sein genau so die kann schon mal rein die kann rein so und das kommt da hin kurbel 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 machen wir die gerade hier noch rein so ich hoffe das hat funktioniert rechtzeitig sieht sieht aber so aus so machen wir gerade noch ein paar Würste und hoffen dass wir uns dann bald einen elektrischen Fleischwolf leisten können dass diese Kurbelei hier aufhört das wäre schon sehr von Vorteil muss man eindeutig sagen so so zwei haben wir dann wieder übrig ist halt so ups so war das nicht geplant so dann verkaufen wir den Kleiderer Dutch mal ne vielleicht reicht es Geld ja dass wir uns einen Fleischwolf leisten können 1000 kostete der oder 999 irgendwie sowas und erneut ja die Fahrstabilität ist eigentlich kennt das Auto das Wort nicht so was haben wir Huhn, Wildfleisch, Rindfleisch wird sich ja fast nochmal wieder lohnen zu jagen oh wir haben genug Geld für einen Fleischwolf sehr gut dann kaufen wir einen so einmal seitwärts aber zum Glück komplett so einmal nicht Fleischwolf Wurstmaschine das war es Fleischwolf habe ich doch schon einmal Wurstmaschine genau die brauchen wir genau die dann bringen wir das gute Stück mal heim und können dann anschließend das nächste Schwein dann weil wir haben ja noch ein paar Dicke können wir dann komplett elektrisch verwursten so dann kommst du hierhin du kommst theoretisch dahin ich kann dich nicht da unterbringen ne ne das ist halt ein reifer Schrank für Käse so ja da würde ich sagen beenden wir die Folge sag ich vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen ihr seid auch das nächste Mal mit dabei in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal äh 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 äh